Okay Leute, also jetzt mal ungelogen, diese Lobby war so übertrieben verschwitzt und dann war unser Random Mate auch noch Nummer 1 echt nicht so gut und ist relativ früh gestorben, dass wir das ganze Game 2 2 carryen müssen und Leute, ey, 4800 Schaden, wir haben die Scheiße so rausgecarryt und glaubt mir, das war wirklich heftig gewesen, gönnt euch gerne die Runde, würde mich mega freuen, wenn ihr einen Abonnenten machen lässt, ist völlig kostenlos und unterstützt mich. Leute, Leute, viel Spaß beim Video, haut rein Jungs. Bro, Alter, das sind alles solche kranken Spieler, ey. Wir rennen ja schon, Mensch, ich kann ja auch nicht schneller rennen, als ich renne. Bro, sie turnt einfach. Ich kack wirklich ab, ey. Schön. Sind die jetzt drüben, oder? Ich hab. Ah. Da sind auch welche. Ey. Knockt hier einer? Alle tot? Bei mir zumindest. Junge, ich hab ihm so viel gegeben. Oh, Paketverlust. Oh. Oh mein Gott, sie hat den vor den Törnern gegriffen. Dude, what are you doing? They're a little one, everybody. Der hat nicht mehr viel. Meiner hatte 10 HP. Ja. Der hatte wirklich nicht mehr viel gehabt. Hab einen. Ich habe fast einen. Ja, den hab ich. Haha, gelasert. Bist du bei mir? Kannst du mir irgendwie helfen, Eva? Grad nicht. Ich hab, ich weiß nicht, wie viele Leute gerade genockt. Ne, links neben mir. Knockt? Oh mein Gott, Digga. Zwei Leute bei mir. Einer ist knockt, einer ist gecrackt komplett und der andere ist voll. Der kommt jetzt hier. Kommt, kommt, kommt da. Oben auf den Stein. Yook hat das, Yook hat das. Das musst du mich aber covern. Schön. Hab ihn. Jo, Jungs, sorry. Das war nur ein Spaß von mir. Aber guck mal, jetzt werden sie einfach gelasert, ihr kleinen Wichser hier. Oh, ich bin tot. Ne, ne, da würde ich jetzt nicht hingehen. Da würde ich jetzt nicht hingehen. Hier sind ganz viele Leute. Danke. Danke. Und jetzt lass uns weiter pushen. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Wir machen die Leute, ne? Nockt. Wir haben uns natürlich nicht gegenseitig schon. Hier bin ich safe. Hier bin ich safe. Da kommen auch schon die nächsten, da kommen die nächsten, ne? keine drohne ich habe da noch ultien gemacht ein dritter ist noch ich könnte eine 4k badges erreichen okay es wäre so nett wenn du mich unterstützen würde nur einmal okay nur einmal ich würde einmal mit gerne rücken wenn wir dir wünschen wie viel damit schaffst du 27 muss ich muss ich schon noch auf einen schießen da sind sie noch naja es war klar wer so crack die eine habe ihn crack 50 noch mal gedrückt wir sind wir sind ja so und wir haben eine ziemlich gute position das ist ein bus genau wo die ach da oben noch crack tschuldigung da sind zwei runter ist leider gerade das ist gut was du da gemacht hast ich glaube das wollten wir nicht ja nicht gut am arsch blattern ich habe dir einige kriegt damit kommt er muss hochkommen du musst hochkommen links unten kommen wir hier runter wo denn naja oh direkt ja 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 genau genau einer gelasert da hinten aber wir dürfen nicht wir können nicht rechts von uns ne gino ja 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 wir sind halt im sandwich nicht deine ne ne ist nicht meine oh hier sind ja vier paketen bin safe ja ich auch das ist alles verschwommen alter ist das jetzt deine nein 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 den übelst gelasert schildkrieg einer genockt kreiber kreiber gino ich bin ah scheiße gino gino kannst du becken kannst du becken kannst du becken ja ja einer ist einer ist genockt weil ich kriegen wir hin kriegen wir hin kriegen wir hin die hande kreiber das wusste ich natürlich jetzt nicht dankeschön kuchensohn alter ja habe ich habe ich schon hingeschmissen jetzt habe ich wirklich paketverluste die hinten halt leider auch nicht so schlecht welche 100 links gegeben auch wieder 30 ich habe gleich ulti bro ich habe gleich ulti ich habe gleich ulti ein prozent noch jetzt habe ich ulti jetzt habe ich ulti jetzt müssen wir schlau machen worauf hier sichern die dich auf die rechts ok ich mach auf ja habe ich gemacht habe ich gemacht und jetzt geht's los bro hab ihn gut gelasert hab ihn gut gelasert jetzt müssen sie nach rechts move'n bro bro einer ist gekrackt einer direkt unter uns bro einer genockt einer genockt ich sehe kein bro noch deiner bro einer crackt bro der ist gekrackt bro wie viele schöne hat der wohnsohn hier ist noch einer hat nichts mehr und ist runter gesprungen so ist tot der letzte da drüben der muss doch nur da bitte ab munition ja bro er hat munition bro ah schön 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 hier sind wir safe hier sind wir safe schöne ulti ja die ulti hat uns gecarried vorhin ok jetzt würden wir es nicht verlieren sind wir es nicht bro hörst du mir zu bro ja bro bro oh pass auf pass auf der ist hier an einer kante sei vorsichtig bro der ist hier direkt an der kante ich sehe mich gerade der ist hier direkt an der kante du weißt wo ich meine in etwa ja ich habe ihn getötet let's go alter 4k badge yes ich habe fast 5000 schau